Ne, Olli steht bei euch. Ne, das mache ich. Die Adres laufen schon vor. Ich hole euch hier ein. So wie die Staaten sind die alle zusammen, ne? Alfa und Charlie stehen zusammen. Aber jetzt die Lanzen habe ich gerade nicht rumgebracht. Wir hatten Alfa und Bravo. Andere Richtung, andere Richtung. Wir gehen auf Echo 4. Ach, scheiße. Ich habe uns genau verkehrt gestellt hier. Ich kriege Feuer. Die drücken hinter uns her. Echo 5. Okay. Stellung. Und Feuer. Geht rein. Erdeh ihr das. Geht helfen. Ich mache das schnell. Servo, Haupt. Tritt ab. Oben, Alfa. Oh, komm. Bleibt hinten. Bleibt hinten. Nicht weiter vor. Wir bleiben hier hinten. Wir nutzen die Range. Ja, Bravo haben wir. Kommt. Erda ist links. Bravo. Charlie. Ja, bravo. Gleich bei euch. Die Arschregen sind sofort wieder auf dem Rande. Ja, aber wir brechen dann ab. Brechen ab, wie gesagt. Wir machen Abereichschutz. Ja, dann lassen Sie es alleine. Ja, aber lass uns da nicht weg früh schütteln. Die gehen raus. Ja, das passt. Da kommt mehr. Abdrehen, abdrehen. Da war schon auch ein Medium. Täter rein, drüben wieder raus. Könnt ihr drin einmal kurz ein Dings nehmen? Ja, ja. Ein Seismic? Ja, ich habe leider keinen drin hier. Ich habe einen drin. Kleinen Moment. Einfach immer kurz stimmen, ob die was hochbringen. Bisher nix. Ich gehe mal zu deren Ausgang. Delta 5 Ausgang. Nichts zu sein. Aber was ihr eigentlich mal machen könnt, ihr könntet gleich mal unseren linken Ausgang bewachen. Linken Ausgang. Da höchst ich denke, die gehen die lange Linie hinten rum. Und vereinigen sich. Da ist es noch da. Delta 5 ein Seismic. E-Mil 5, vier Kontakte bis hin. Feindlich Ui wie Delta 5. Zweiter Seismic. Zweiter Seismic. Delta 5 bewegt sich in eure Richtung. Dritter Seismic. Die gehen rechts rum. Auf unserer rechten Seite. Vierter. Delta. Kommt einer rein. Kommt einer rein, ja. Alpha. 2 rein. Raus, 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 raus. Raus, raus, raus. Genau, schiebt euch ran. Die sind alle unten drin jetzt, ne? Aber Brault nicht rein, lasst Abstand. So, Jess, zieht du, dass du wegkommst. Wie gesagt, der Firestarter steht da unten geleckt. Schön, da habe ich nur noch einen. Einen rechten Ausgang. Okay, die haben jetzt alle drin unten. Wir kriegen 3, 6, 2 Caps. Ich kann oben drauf gehen für Seismics, wenn ihr wollt. Vorsicht, Björn zieh den Kopf ein. Das hat keinen Wert. Habe ich jetzt vor. Weil wir alle noch standen, ging das. Darius, ich kann nach oben gehen für Seismic, wenn du magst. Ja, mache ich. Und cap den Laden da. Ex, du unterstützt ihn bitte. Sie kommen, sie kommen. Okay. Alpha. Alpha ist Primary. Alpha ist Primary. Und bleibt links, lasst sie kommen. Wir führen 1-0. Nicht ran, nicht ran. Lasst sie rauskommen. Die müssen um die Ecke kommen, nicht wir. Target acquired. Alpha, 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 Alpha. Komm. Gut, Alpha down. Halten, halten, halten. Bleib hinten, lass sie rauskommen. Bleib in Deckung. Oder wir nicht sterben. Down. Super. Und wir bleiben in Deckung. Wir bleiben in Deckung. Ich bin rot. Ich kann nicht mehr. Ja, wir in Deckung. Hinten bleiben. Ja, ganz super mit dem Cap. Ja, das beherrschen wir. Die Seismics sind alle auf eurer Seite. Das ist ja keine andere Bewegung. Ja, super. Alles klar. Und wieder schön hinten bleiben. Lasst sie rauskommen. Und dann drücken wir gegen. Eingang ist leer. Wir stehen ziemlich zentral. Kommt wieder vor. Wir sind auf der Höhe von Expired Blip. Ja. Alles klar. Wir sind jetzt auf meiner Höhe. Wir sind Tether. Okay, da runter. Okay, alles klar. Wir sind auf meiner Spitze. Wir gehen wieder Richtung Tether. Wieder auf meiner Spitze. Wir gehen Richtung Echo 4. Wir gehen rechts. Okay. Wir gehen Richtung Echo 4. Aber nicht alle. Ein Blip geht auch in die andere Richtung. Also, die gehen jetzt hinten raus. Echo 3. Nein, die sind wieder zurück. Also, die zirkeln gerade Richtung Delta 4. Okay. Cappen wir Tether? Ach nee, haha. Können wir ja nicht diese... Nee, ich war gedanklich irgendwie dabei, dass es oben ist. Nachricht hier da ist es kein Ding. Ja, los. Stehen auf mir, stehen auf mir. Kommen wieder Richtung mir. Was machst du denn da, Ex? Nein. Guck mir den nördlichen Eingang mal an. Ich lasse die Excel da hin. Ja, alles klar. Einer steht noch an eurem Eingang, aber nur einer. Stehen ziemlich zentral auf mir. Äh, wir müssen jetzt nur eine Runde spielen. 100 Punkte. Oli, du wartest nachher beim Engagen bitte. Stehen auch auf Delta 4. Auf Delta 4, alles klar. Es sind jetzt wieder zentral Tether. 3 Lips Tether. Komm Richtung Ausgang. Komm Richtung Ausgang. Echo 5. Okay, fertig mal. Stehen noch auf meiner Höhe. Okay, kommt. 40 Punkte, dann haben wir es. Da bewegt sich was vor. 20. Stehen immer noch auf meiner Höhe. 20. Ja. 10. Läuft. Aber. Ich hätte mal brech noch Tether gekippt. Ja. 3, 2, 40 steht es jetzt, ne? Korrekt. Ne, 3, 3, dachte ich. Ne, ne. Ach so. Ich habe nur einen Entschieden. Ach so. Ja, aber das ist eine schöne Runde. Minus 4 und wir haben keine. Ja. Ich habe nur einen Entschieden. Ja.